Sie suchen einen Ort, an dem die Leidenschaft für neue Technologien und revolutionäre Lösungen aufeinandertreffen? Diesen finden Sie in der Mitte Deutschlands, im neuen Technologie- und Servicecenter von Fronius Deutschland. Bei der Konzeptionierung des Gebäudes war das Zusammenspiel zwischen hochwertigem Design und klimaschonender Technik besonders wichtig. Wir legen großen Wert auf den Einsatz alternativer Energie-, Heiz- und Kühlsysteme. Unsere Vision ist 24 Stunden Sonne. Denn wir glauben an eine Zukunft, in der wir unseren weltweiten Energiebedarf zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen decken. Fronius Solar Energy entwickelt Lösungen, um Sonnenenergie effizient und intelligent erzeugen, speichern, verteilen und verbrauchen zu können. Erleben Sie den perfekten Lichtbogen? In unserem voll ausgestatteten Schweißtechnik-Center sind wir optimal auf individuelle Schulungen, Schweißversuche und Dienstleistungen ausgerichtet. Profitieren Sie von dem einzigartigen Know-how unserer Mitarbeiter. Ihr Gerät ist bei uns in besten Händen, egal ob in Betriebnahme, Wartung oder Reparatur. Sie sind auf der Suche nach der perfekten Ladeinfrastruktur. Unsere maßgeschneiderten Service- und Wartungspakete gewährleisten kostenoptimierte Einkaufsstrukturen und Organisationsorientierte Lösungen. Neben den Technikbereichen sind Orte für einen guten Austausch und eine angenehme Arbeitsatmosphäre von zentraler Bedeutung. Dies spiegelt sich in der Raumgestaltung der Büro- und Schulungsflächen wider. Fühlen auch Sie sich in unserer Fronius-Welt willkommen? Nachhaltigkeit ist für uns gelebte Realität. Damit auch Sie davon profitieren, stellen wir auf dem Gelände der Landeszentrale mehrere Ladesäulen für Elektroautos zur Verfügung. Für uns steht eine Aufgabe im Mittelpunkt. Mit unserer Energie Besseres bewirken. Gute Gründe, bei uns vorbeizuschauen. Dann wäre es ein paar Fragen. Das absteh Corneln. Beste Gründe, mit einer weapon Studenten beherent diese